Alle Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen, leider können wir noch nicht losfliegen, weil wir eine vorgegebene Startzeit der Flugsicherung haben und damit müssen wir hier noch ungefähr 20 Minuten an der Tagposition warten. Wir bemühen uns gerade darum, dass wir diese Zeit noch verbessern können. Ich halte sie auf dem Laufenden. Aktuell der Plan wäre dann in Frankfurt eine Viertelstunde verspät. Das Wetter dort aktuell ähnlich wie hier mit sonnigen 18 Grad. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Halte Sie sich, wie gesagt, auf dem Laufenden. Wir wünschen eine angenehme Flur. Guten Morgen, dear Passenger, this is your captain. My name is Martin Schilling. On behalf of the Etaclou, I would like to work with you on board. We are ready for the service to Frankfurt. However, we have to wait here around about 20 minutes. Due to the earliest airbottime we got from the tower, we are working on an improvement. And I will keep you informed. The plan right now is a delay of 15 minutes in Frankfurt. The weather airs here in Munich with 18 degrees and sunshine. I hope, nevertheless, that you feel well and drive us back. Can we crew all those flight? Some people don't always be scared. A lot of people don't want to try to ride in the supermarket with a little ride. The trip is a few hours of 20 minutes from a hour to a day. There's a few hours at night. We have the travel⁣ will get a few hours in Frankfurt and get a few hours in Frankfurt. I can't wait for it to be a moment to be a day. If you don't see the plane, you can see it on 100 miles from a instant. I can't wait for it. A lot of people want to be careful. Let's get it on Earth, stop it. Das ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen, die wir hier sehen, die wir hier sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Laptops must also be switched off and placed in your hand luggage You may keep lighter devices such as mobile phones and tablets in your hands but please from now on in flight mode Please fasten your seatbelts and pull them tight And I would also like to take this opportunity to introduce myself My name is Sabine Fesser and I'm your person on this flight to Frankfurt together my colleague So we should now be very pleasant to stay here on board And dear guests, dear guests, dear guests, we would now let you go into our safety procedures Meine Kollegen zeigen Ihnen zunächst, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und auch wieder öffnen können Your seatbelt can be fast and unfastened like this And bitte werfen Sie jetzt noch einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen in Ihrer Sitztasche Dort finden Sie auch die Anleitung zur Schutzhaltung, zu der Sie im Fall einer Notlandung aufgefordert werden können Prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein Sie sind entsprechend gekennzeichnet Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann Bei einer Evakuierung lassen Sie bitte Ihre Gepäckstücke zurück Please have a look at the information card in the seat pocket in front of you which explains the safety instructions In this card you will also find the illustration for a safety position which you may have to adopt in case of an emergency landing Please take particular note of the location of the emergency exits They are marked accordingly and illuminated strips on the floor will guide you to these exits Remember that your nearest exit may be located behind you In the event of an evacuation leave all personal belongings on board Wir dürfen Sie nur noch bitten in Vorbereitung zum Start die Rückenlehnen senkrecht zu stellen, die Tische vor sich zurückzuklappen und bitte öffnet Sie die Fensterblenden Und Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Hinweis in den Leuchtzeichen und den Anweisungen der Besatzung Folge zu leisten Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit In preparation for takeoff, please make sure that your seat back is upright Your tape is folded away and please raise the window shades And you're required by law to observe all signs and to follow the instructions given by the crew Thank you for your attention Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Der Kurs ist in der Nähe von der Kurskarte. Die Kurs ist voll lange. Die Kurs ist voll lange. Die Kurs ist voll lange. Das ist schon was Besonderes. Man kriegt das Geld davon. Die Fahrt ist am besten. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020